Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin Tutorialreihe. Heute geht es um Payment Channels. Payment Channels ist ein ziemlich, ziemlich neues Konzept von Bitcoin, das ist aktuell noch gar nicht verfügbar. Es handelt sich nämlich, oder es ist zumindest verfügbar, aber das Konzept funktioniert soweit, sagen wir es mal so. Aber das Ganze wird natürlich später in einem richtigen Umfeld eingesetzt und das Ganze nennt sich Lightning Network und befindet sich, soweit ich dieses Video gerade hier aufnehme, in der Beta, beziehungsweise ist es noch nicht mal ganz draußen. Das heißt, man kann es noch nicht wirklich benutzen, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr wichtig, euch zu zeigen, was da auf euch zukommt. Denn Payment Channels sind so ziemlich das, was Bitcoin wirklich den Arsch retten kann, muss ich sagen. Und ja, ihr seht, also Bitcoin hat haufenweise Probleme, die sind wir jetzt wirklich der Reihe nach durchgegangen. Das Ganze skaliert einfach furchtbar bis gar nicht. Und Payment Channels gehen dieses Problem wirklich an und die finde ich deswegen sehr, sehr spannend. So, wir haben jetzt einfach mal zwei Dienst- oder zwei Leute hier. Einmal Alice, die einen Streaming-Dienst anbietet und einmal einen Zuschauer, einen Watcher, habe ich ihn einfach mal genannt, B, Bob normalerweise. Und ja, jetzt möchte natürlich unser Watcher B irgendwas streamen. Das heißt, er möchte irgendwas angucken, dass Alice ihm zur Verfügung steht. Nennen wir einfach jetzt mal an, Alice besitzt Netflix und Bob möchte Netflix in Bitcoin bezahlen, aber er möchte nicht ein monatliches Abonnement bezahlen, sondern er möchte tatsächlich pro Sekunde bezahlen, die er auf Netflix oder whatever verbringt. So, das Ganze könnte man jetzt folgendermaßen modellieren. Und zwar ist es ein relativ komplexes Konzept. Man baut einen Payment Channel auf. Und so ein Payment Channel besteht erstmal aus einer Transaktion, die eine 2 von 2 Multi-Signature Transaktion ist. Das heißt, da wird Geld, also Bob überweist erstmal ein gewisses Guthaben auf diese Multi-Signature. Das bedeutet, am Ende kann dieses Geld nur ausgegeben werden, wenn sowohl Alice als auch Bob eine Unterschrift liefern, damit das Geld auch wirklich verwendet werden darf. Das heißt, die müssen sich einig sein. Und das Ding wird auf die Blockchain gegeben. Deswegen nennt sich das Ganze auch Mind Funding Transaction. Weil sie eben Mind ist. Das bedeutet, sie befindet sich auf der Blockchain. Mind bedeutet auf der Blockchain. Und Funding, weil man sozusagen sein Guthaben auflädt damit. So, und ausgeben, wie gesagt, können jetzt wirklich nur noch beide gemeinsam dieses Geld. Das ist ganz, ganz wichtig für später. Merkt euch das. So, weiter geht's. Jetzt guckt Bob ein paar Minuten, Sekunden, whatever. Er war von mir aus, nehmen wir mal an, er guckt 5 Minuten Netflix. Und für diese 5 Minuten muss er 0,5 Bitcoin bezahlen. Und ja, das ist ein arschteures Netflix. Würde ich keinen von euch wirklich empfehlen. Was man dann macht, ist, man sagt folgendes. In unserer Mind Funding Transaction, das ist das Ding hier, hatten wir stehen, Bob überweist zum Beispiel eine Bitcoin auf dieses Konto. Alice muss ja nichts bezahlen. Die bietet ja bloß den Streaming-Dienst an. Das bedeutet, hier überweist Bob eine Bitcoin in diese Transaktion rein. Und diese Bitcoin kann später nur noch von beiden wieder ausgegeben werden. Was er jetzt allerdings macht, ist, er überweist sich quasi diese Bitcoin einfach selber. Denn das ist ja immer noch seine Bitcoin. So, und das Ganze wurde jetzt auf die Blockchain geliefert. Jetzt geht man allerdings her. Er hat jetzt 5 Sekunden, äh, 5 Minuten irgendwas geguckt. Das heißt, er musste 0,5 Bitcoin abdrücken an Alice. Und das heißt, man baut sich jetzt eine neue Multi-Signature-Transaktion auf. Und hier steht als Balance für A. Das heißt, an Alice gehen erstmal 0,5 Bitcoin und an Bob gehen auch nochmal 0,5 Bitcoin. Denn er hat jetzt von seiner einen Bitcoin immer noch 0,5 übrig. Und das Ganze ist eine, eine wirkliche Transaktion, die auch so an sich gültig ist. Allerdings gibt man die nicht auf die Blockchain, sondern lässt sie außerhalb der Blockchain. Das bedeutet, man hat jetzt zwar hier alles, was man möchte. Und diese Transaktion, die wurde jetzt auch zum Beispiel an Alice übertragen. Das heißt, beide können sie jederzeit, wenn sie gerade Bock haben, auf die Blockchain geben. Aber sie tun es einfach nicht. Denn Bob guckt jetzt noch weiter. Zum Beispiel weitere 3 Minuten. Und dann guckt er irgendwann später nochmal eine Minute. Da hat er noch 0,1 Bitcoin übrig. Und das ist jetzt sein finaler Kontostand sozusagen. Das heißt, er hat 0,9 Bitcoin ausgegeben. Also das kann man so oft machen, wie man möchte hier. Von mir aus kann man das auch jede Minute machen. Oder jede Sekunde. Oder, keine Ahnung, jeder Zeithalt kann man so eine neue Transaktion erstellen. Denn die muss nicht auf die Blockchain. Das heißt, die kostet keine Fees. Das ist der große Vorteil davon. Diese Off-Chain-Commitments, die sind einfach gratis. Das ist das Tolle daran, man muss sie nicht auf die Blockchain schreiben. Die befinden sich auch nachher nicht auf der Blockchain. Die sind einfach fertig. So. Und jetzt hat Bob irgendwann mal genug. Er hat mitbekommen, dass Alice ihn in seinem Streaming-Dienst einfach nur komplett abzockt. Oder in ihrem Streaming-Dienst besser gesagt. Und ja, er hat keinen Bock mehr 0,1 Bitcoin für auch nur eine weitere Minute zu bezahlen. Was man jetzt macht ist, man macht eine finale Transaktion sozusagen. Das heißt, man macht hier wiederum eine 2 von 2 Multi-Signature. Im Endeffekt ist es genau gleich geblieben. Alice bekommt jetzt hier 0,9 Bitcoin. Denn Bob hat 9 Minuten bei Netflix verbracht. Und Bob bekommt von seiner einen Bitcoin, die er hier erstmal überwiesen hat, bekommt er noch 0,1 Bitcoin wieder zurück. Und das Ganze nennt sich Mind Settlement Transaction. Denn Mind bedeutet jetzt hier auch wieder, sie befindet sich auf der Blockchain. Das bedeutet, diese Transaktion ist auch wirklich gültig. Und ja, das ist sozusagen der Sinn von der Sache. Witzig ist jetzt hierbei folgendes. Man muss am Anfang ein Mind Funding, eine Mind Funding Transaction haben. Und da kann man so viele Transactions, wie man möchte, zwischendrin laufen lassen. Denn man ist ja sozusagen, beide sind da. Beide können einfach unterschreiben, okay, das Geld, was wir hier in dieser Mind Funding Transaction hatten, das darf jetzt wieder ausgegeben werden. Und wird dann aber direkt wieder, als es ausgegeben wird, in diese zweite 2 von 2 Multi-Signature Transaction hier reingesteckt. Das heißt, das Geld ist zwar wieder weiter geflossen, aber es ist halt dann doch nicht wirklich echt weiter geflossen, sondern ist halt wieder blockiert von beiden sozusagen. Das heißt, hier kann auch wieder niemand das Geld ausgeben, außer es unterschreiben beide, dass es auch wirklich ausgegeben werden darf. Und so weiter und so fort. Das heißt, das können wir hier 100 Mal machen, das ist absolut kein Problem. Und was man jetzt noch machen kann, ist am Ende eben zu sagen, okay, das Geld darf ausgegeben werden. Das Ganze geht jetzt hier an Alice und zwar 0,9 Bitcoin an Alice, 0,1 Bitcoin an Bob. So, jetzt, warum ist das ganz toll und warum macht man das nicht einfach auf der Blockchain? Auf der Blockchain das Ganze zu machen, würde bedeuten, man hat jetzt hier jedes Mal 80 Dollar Fees. Das heißt, nach jeder Minute gucken zum Beispiel und dann nach jeder Sekunde gucken, müsste man 80 Dollar einfach nur an Mining Fees bezahlen. Das ist einfach kompletter Bullshit. Deswegen, ja, das ist keine Option. Das Ganze aber hier jetzt so zu machen, dass man eine Transaktion hat und dann können hier beliebig viele, also wirklich hunderte, tausende Transaktionen irgendwie drin sein. Und dann am Ende hat man eine Transaktion, die auch wirklich auf die Blockchain wieder geschrieben wird. Das ist ganz geil. Der Witz dahinter ist aber folgender. Wenn jetzt hier, sagen wir mal, Bob anfängt zu cheaten oder Bob, ähm, nee, Alice hat plötzlich keinen Bock mehr, Bob irgendwas zu geben, dann kann einfach jeder von beiden jederzeit sagen, okay, ich bringe diese letzte Transaktion. Also nehmen wir mal an, das wäre jetzt die letzte Transaktion. Eigentlich wollte Bob noch weiter gucken, aber bei dem Vertrag stimmt jetzt irgendwas nicht mehr. Sie vertrauen sich gegenseitig nicht mehr oder sonst irgendwas. Das kann jeder von beiden hier diese Transaktion, die eigentlich Off-Chain sein sollte, kann er jetzt auf die Chain bringen. Das heißt, er kann sie einfach an die Blockchain schicken und das Ganze wird ganz normal gemeint. Klar, man muss jetzt Mining-Fees machen, aber so kann jede Transaktion hier zu einem Mind-Settlement werden. Das heißt, wenn einer abhaut, kann er zum Beispiel, kann zum Beispiel der andere einfach dieses Geld auf die Blockchain schreiben und dann ist das halt einfach so. So, das ist jetzt aber nur der Anfang von Payment-Channels, denn ihr merkt vielleicht schon das große Problem hierbei. Wenn jetzt einer den anderen betrügt und der andere sagt dann, okay, aus Trotz, er möchte diese Transaktion jetzt auf der Blockchain haben und das macht er auch so, dann passiert Folgendes. Denn wenn jetzt jemand einfach so weg ist, dann kann keiner mehr das Geld hier ausgeben. Diese beiden Outputs sind ja beide gelockt. Das heißt, jeder braucht die Unterschrift des jeweils anderen. Also Alice braucht die Unterschrift von Bob, sonst kann sie ihr Geld nicht ausgeben und Bob braucht für sein Geld die Unterschrift von Alice. Das bedeutet, niemand kann irgendwas ohne den anderen machen. Das heißt, diese eine Bitcoin, wenn die beiden sich zoffen oder verlassen, ist für immer verloren. Was man deswegen am Anfang gemacht hat, ist Folgendes. Folgendes, man hat einfach gesagt, ich packe jetzt hier noch ein sogenanntes Timelog rein. Das kennt ihr jetzt schon. Ihr kennt jetzt schon die End-Timelogs und so weiter und so fort. Die haben wir alle schon durchgesprochen und das war eine Option, die wirklich gut ist. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel einfach sagen, der Output ist erstmal blockiert, aber er ist nicht unendlich lange blockiert, sondern er ist halt nur für, keine Ahnung, 1000 Blöcke am Anfang blockiert und dann wird es immer um zwei Blöcke niedriger, denn man muss auch irgendwie eine Zeit haben, um diese neue Transaktion halt irgendwie auch auf die Blockchain zu bringen und so weiter und so fort. Das heißt, nehmen wir jetzt hier einfach mal an, dass jetzt Alice keinen Bock mehr auf Bob hat, dann kann sie einfach die Transaktion auf die Blockchain schreiben lassen und kann halt ihre Zeit lang warten, bis sie das Geld wieder ausgeben darf. Das ist ganz nett an sich, aber bringt trotzdem ein paar Probleme mit sich. Und zwar, erstens mal kann man das Geld, wenn man normale End-Timelogs benutzt, natürlich jederzeit Double Spenden. Das heißt, das Geld war nie in dieser 2 von 2 Multi-Signature gefangen. Das ist auch so ein bisschen nicht das, was man haben möchte. Auf der anderen Seite kann man natürlich die CLTVs benutzen, also Check, Lock, Time, Verify. Und wenn man das jetzt machen würde, dann ist natürlich das Geld sehr, sehr lange in diesem Payment-Channel gefangen. Das heißt, man kann halt zum Beispiel für 500 Blöcke oder sowas kann man das nicht mehr ausgeben. Und das ist natürlich trotzdem nervig, wenn jetzt irgendwie Alice hier, oder wenn Bob versucht, Alice übers Ohr zu hauen und Alice muss dafür als Bestrafung sozusagen mehrere Blöcke warten. Sowas wird auf jeden Fall dann vorkommen, einfach nur, weil es zu viele Trolle gibt. Okay, dann was ist das nächste Problem? Naja, das nächste Problem ist, wir haben hier 1000 Blöcke am Anfang als Timelog eingetragen. Jetzt müssen wir aber beim nächsten schon 998 Blöcke und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine maximale Anzahl von Off-Chain-Commitments. Also eine maximale Anzahl von Dingen, die wir hier nicht auf der Blockchain machen müssen. Danach müssen wir auf jeden Fall zwei Mind-Transaktionen haben. Das heißt, einmal müssen wir was minen, damit es eben auf die Blockchain kommt, die finale Balance sozusagen. Und dann müssen wir wieder eine neue Funding-Transaction machen. Das heißt, wir haben hier zwei Commitments mehr auf der Blockchain, als wir eigentlich haben wollen. Nur wenn wir halt über diese 500 Payments kommen. Klar, 500 Stück ist schon recht hoch, aber hier kann man natürlich einfach sagen, man möchte nur 200 Blöcke warten, dann ist man auf 100 beschränkt oder sowas. Und 1000 Blöcke, das dauert schon ganz schön lange, sag ich jetzt mal. Und da muss, oder da hat man sich noch ein paar bessere Sachen überlegt und die möchte ich euch dann jetzt in den kommenden Videos vorstellen. Die sind nämlich nicht ganz so einfach. Okay, das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, euch gefallen Payment-Channels erstmal ganz gut vom Konzept her. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.